Hi, Pedder hier und willkommen zu einer neuen YouTube News Folge und ganz am Anfang möchte ich mich bei MontanaBlack bedanken, der in seinem Stream sagte, dass man das Video, wo er auch selber Thema war, liken soll. War echt eine geile Überraschung und als ich heute Morgen aufgestanden bin und natürlich auch herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten. Aber erst noch was in eigener Sache und zwar wird es morgen eins von zwei neuen Formaten starten. So ein Top-Ten-Format ist das, aber ich werde jetzt nicht einfach irgendwelche Top-Ten-Listen, die es schon überall gibt, dann kopieren und dann auch hochladen, sondern ich habe es schon selber recherchiert, also ist schon eigene Produktion drin. Wird so eine Top-Ten-Liste, also morgen kommt eine Top-Ten-Liste über die Top-Ten der meistgesichtesten Videos in YouTube Deutschland, ich werde es auch nochmal für Likes später machen. Und ja, das passiert eigentlich auch nur, weil es halt derzeit wirklich so ein Sommerloch gibt, sehr viele sind in Urlaub, sehr viele sind Pokémon-Go-süchtig geworden und es ist halt einfach irgendwie kaum was los. Das ist auch irgendwie scheiße, man sieht es auch heute im heutigen Video, die drei Themen sind meh. Aber dann kommen wir auch direkt zu den YouTube News und zwar das erste Thema geht es um Lifehack-YouTuber Emrah und dieser hatte einen Monat lang eine YouTube-Pause gemacht, weil er einfach keine Lust mehr hatte. Aber jetzt hat er wieder Lust und wird auch wieder Videos bringen. Außerdem hat er angekündigt, dass er eine Zusammenarbeit mit L'Oreal Man Expert hat und ein eigenes Format auf deren Kanal hat. Und wenn wir schon bei YouTube-Pausen sind, der Let's Player Zander macht jetzt eine Pause und zwar bis ein Zirka nach der Gamescom. Bis dahin hat er 32 Folgen des Minecraft-Projektes Novos vorproduziert. Und in dem Video sagt er auch noch, dass er jetzt eine eigene App hat, mit der man alles sieht, was er so postet überall und dann gibt es noch spezielle Sachen, die dann nur an die App-Benutzer geschickt werden. Also ist die App so insgesamt, so wie die Subs-App von Unge. Und bei der letzten News geht es um den Let's Player PewDiePie. Dieser hat nämlich laut dem Web-Videomagazin Broadmark mit seiner Firma PewDieProductions 7,8 Millionen Euro Umsatz generiert. Natürlich, der Umsatz kommt jetzt durch die YouTube-Einnahmen, durch sein eigenes Buch, was er gemacht hat oder durch sein eigenes Spiel-Legend of the Bro-Fist und natürlich all die anderen Sachen, die er ja alle macht. Und dann gibt es noch zwei Abo-Erfolge und zwar hat einmal der Let's Player und Vlogger Ungespielt die 2 Millionen Abonnenten erreicht und der Musikkanal Majestic Casual hat die 3 Millionen Abonnenten erreicht. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Tut mir leid, dass es so wenig ist, aber es ist halt ein Sommerloch. Habt aber noch einen wundervollen Tag und ciao!